Hallo zusammen, ich bin Tom und ich muss euch etwas ganz cooles zeigen und zwar kennt ihr sicher alle die Tony Box und die Tony Box ist wirklich eine coole Sache, da kann man Figuren draufstellen, kann die ablösen, ist wirklich eine super Erfindung und jetzt hat natürlich die Migros auch gedacht, wir machen da coole Sachen aus und jetzt hat die Migros auch so etwas ähnliches wie eine Tony Box und das heisst, das ist das hier, die kleine Tony Box von der Migros, die kann man auch im Grunde genommen einkaufen man muss hier die Kleber einklappen, kommt pro 20 Franken so ein Kleber über, gibt 200 Franken aus und kommt dann eine Spielfigur rüber und das lustige an dieser ganzen Sache ist eigentlich, dass es dazu gibt das Big Box und dazu gibt es dann auch noch das coole App das heisst, das ist die Migros Play App, das können wir jetzt mal aufmachen, so und wenn ihr da drauf geht, könnt ihr dann auch die Figuren dann auch sozusagen einscannen also die Wandstelle vor eine weisse Wand einscannen und dann könnt ihr die da oben Hörspiegulfiguren scannen und könnt sie dann auch auf dem Handy ablösen jetzt ist natürlich die Sache so cool, dass man das eigentlich machen kann, wenn man will, dass man da alle die Figuren also bis gerade einkauft, alle sammelt, das sind 12 Figuren mal 200 Franken, 2400 Franken, die kann man dann auf die Box stellen die auch noch 39 Franken kostet, ist natürlich eine lässige Sache aber es gibt dann das Big Box und das Big Box hat nämlich auf der hinteren Seite alte Figuren drinnen, müssen wir mal kurz suchen, wo wir es haben, hier haben wir es doch sind hier die Figuren und jetzt, wenn ihr euch das Handy nehmt und einfach auf Hörspiegulfiguren scannen geht dann kommt hier so ein Männchen, wie ihr seht und jetzt können wir hier einfach zum Beispiel hier rüber gehen zack, er scannen sie der Benno ist da ihr habt ihn schon auf dem Handy tipptoppi Sache also kurz und einfach gesagt ihr könnt einfach das Büchlein nehmen von der Ding Story Manio ihr könnt jedes einzelne einscannen und habt somit alle 12 Figuren schon auf eurem Handy könnt ihr sie anhören kostet euch keine Rappen so zu sagen, ausser die wollen dann noch die Box kaufen und dann gleich alle Figuren dann macht das Spass ist natürlich zum Sammeln eine lästige Sache aber wenn ihr es einfach so, gratis habt auf dem Handy könnt ihr alles anhören machen sie so, scannen sie schnell ein und ich habe alle Figuren gratis auf dem Handy mit der Map ich danke euch, ciao zusammen, kleiner Tipp vom Tom